I wish you had my imagination We did it! Nach 5 Stunden Progress haben wir es geschafft! Deswegen herzlich willkommen zu einem weiteren Guide zu den Labyrinthbosten und diesmal dreht sich alles um den Final Boss, nämlich den Taterus, the Ruler of Labyrinthboss wo ich euch so gesehen wie in anderen Labyrinthbossguides erkläre die Taktik, wir gehen die Abilities durch wir machen einen Killrun und wir zeigen euch am Schluss die Runen, wie hoch die Tower gelevelt sind und vor allem auch diesmal zwecks Monstern, das kommt erst am Ende des Videos, weil sonst wird es zu lange deswegen wir gehen jetzt erstmal die Abilities durch, den Run und danach kommen so gesehen Ersatzmöglichkeiten auch deswegen lasst euch nicht von den Net5s da so abschrecken, weil es gibt sehr viele Variationen, wo ihr nicht diesen Monster braucht ansonsten zur Strategie von diesem Boss und wenn ihr erstmal hier durchschaut, werdet ihr erstmal erschlagen und denkt euch wow, wo soll ich anfangen mit dem Lesen? aber wir gehen Step für Step durch und wir, ich denke schon, dass ich das euch so nahe bringen kann, dass ihr dann auch eine gute Übersicht habt über den Boss, wie das funktioniert deswegen, der Boss hat auch wie die anderen Mittelbosse, wie ich nenne oder so, auch verschiedene Runensets deswegen wir haben hier Destroy, Rage, Despair und, ähm, äh, Violent deswegen sehr interessant, Violent Set und das ist echt, ich will nicht über das Violent Set reden, ja, das ist, naja auf jeden Fall, ähm, die, ähm, Abilities gehen immer im Viererschritt durch ihr werdet auch beim Boss dann sehen, ähm, in dem Video der Boss ist so wie Kologan, wie in WoW, falls ihr den vielleicht noch kennt aus Ulduar Zeiten ähm, der hat einen rechten Arm, einen linken Arm und die Mitte und ihr könnt so gesehen am Anfang nur die Arme angreifen und dann erst, wenn die Arme down sind, könnt ihr den Boss selber attacken deswegen, ähm, die Reihenfolge ist immer erst, kommt der linke Arm dran dann kommt der rechte Arm dran, dann kommt der Boss in der Mitte dran dann kommt der Boss noch mit seiner Special Ability dann wechselt das Element vom Boss, also der Boss hat alle Elemente Fire and Water, ähm, und geht wieder zurück zur ersten Ability deswegen wieder linker Arm, rechter Arm, Mitte, Mitte, neues Element und wieder von vorne, ja, und mit dem neuen Element werden übrigens auch dann die Sets, die dann drin sind, auch wieder gechanged und das Interessante ist, wo ich auch noch gleich zu sprechen komme, ist ihr könnt wie in den anderen Mittelbossen, ähm, so gesehen die Tower killen beziehungsweise die Hände killen und dadurch wird ein Set zerstört das Problem ist nur, ähm, jetzt denke ich zum Beispiel, okay, der Boss hat ein Rage Set deswegen ich kill jetzt so gesehen die rechte Hand, damit das Rage Set weg ist das Problem ist, sobald das Element switcht, wird auch der destroyte Crystal geswitcht heißt zum Beispiel, ihr wolltet Rage killen, habt Rage gekillt, das Element switcht und plötzlich ist aus irgendeinem Grund das Dispare Set destroyed, ja, deswegen ist es echt ein bisschen ja, blöd, sag ich mal ansonsten, konventionelle Abilities die erste Ability, Furry Blow, ist so gesehen ein AOE der, ähm, 30% mehr Schaden macht aufgrund der Anzahl, so gesehen, die ihr habt ähm, von Weakening Effects auf eurem Monster heißt Harmful Effects, heißt Defense Break, Oblivion ähm, Attack Speed Slow, whatever, ja ähm, plus, wie gesagt, er bekommt dadurch ein, ein Runen Set und zwar bekommt er entweder Destroy oder Rage mit Destroy wird so gesehen vom Schaden, den er macht, 50% von diesem Schaden, euer HP destroyed das, was ihr so gesehen dann nicht mehr hochheilen könnt ähm, und bei Rage ist es so, dass das Monster, was in der Rotation bevor der Furry Blow gekommen ist, am meisten Schaden gemacht hat wird gekillt und vor allem müsst ihr auf diese Fähigkeit sehr gut aufpassen mit dem Rage Set dass ihr, ähm, wenn ihr zum Beispiel ein volles Supporter Team spielt dass die Supporter dass praktisch euer Reviver nicht den meisten Damage machen, wenn der stirbt mit dem Rage Set ist es vorbei es sei denn, ihr habt zwei Reviver dabei deswegen, da müsst ihr gut aufpassen, dass ihr ähm wenn der Rage wenn die Rage Ability kommt, dass ihr davor nicht den ganzen Damage von eurem Supporter raushaut weil, und unseren Trise ist zum Beispiel Armana dann ziemlich oft gestorben weil Armana auf der zweiten Fähigkeit ganz gut Damage macht ansonsten rechte Arm Ability ist der Rage Blow ähm, auch wieder ein AOE der die Attack Bar von einem Monster auf Null reduziert plus mit dem Spare Set Stunt ist zwei Anim, also Stunt ist zwei von unseren Monstern ähm, die so gesehen am allerwenigsten Attack Bar aktuell haben und mit dem Rage Set, genau wie vorher wird das Monster, was vor dem Angriff so gesehen während sich diese Fähigkeit auflädt sozusagen am meisten Damage gemacht hat wird gewonshottet dann haben wir den Ruthless Strike ähm, greift ihr beahntet schon wieder, wieder AOE alle, ähm greift uns praktisch AOE mäßig an ähm, und macht Damage und das Krasse ist, es tut alle ähm, Damage Reduce Effects ignorieren ähm, das heißt, ähm beispielsweise ein Defense Buff oder so ähm, wird einfach durchbrochen dann kommt die nächste Fähigkeit und das ist eigentlich die aller, ja, mit dem Rage Set die heftigste Fähigkeit Big Collapse und diese Fähigkeit kommt erst, wenn ihr beide Arme gekillt habt wenn ihr beide Arme gekillt habt dann kommt diese Fähigkeit ins Spiel das ist dann die dritte Fähigkeit das heißt, es kommt dann dran linker Arm, rechter Arm Big Collapse, dann Immemorial Breath das ist die nächste Fähigkeit dann wieder von vorne linker Arm, rechter Arm Big Collapse Immemorial Breath wieder von vorne und ihr seht, Big Collapse, ähm greift so gesehen random mäßig drei Targets an von uns und, ähm was hier heißt mit dem, ähm guaranteed to have low HP bedeutet dass das Monster auf 1 HP gekillt wird ja, also auch wenn das Monster 100% HP hat es hat dann auch nur noch 1% ähm und das Wichtigste ist eben dann bei dieser Fähigkeit dass wir uns die Heilungseffekte danach aufheben dass wir so gesehen wenn der Big Collapse kommt wir sofort wieder hochhealen können weil die nächste Fähigkeit die kommt ist der Immemorial Breath den wir hier sehen und der greift wieder AOE mäßig an und zwar dreimal und tut alle Buffs von uns so gesehen strippen mit einer 50% Chance pro Hit gibt uns Oblivion das heißt Oblivion bedeutet dass wir keine Passes mehr haben auf unseren Monstern das heißt zum Beispiel Varumos Cleanse oder von Darion irgendwie der Damage Reduce oder sowas plus wir werden zu zwei Züge dann auch noch gesilenced dieser Beat hier ist ziemlich stark weil normalerweise ähm macht diese Fähigkeit echt krassen Damage und wir wollen uns danach wieder hochhealen und das können wir öfters nicht weil wir gesilenced vielleicht sind deswegen da ist auch wieder leider ein bisschen RNG dabei ansonsten als ob das nicht schon krass genug wäre kann diese Fähigkeit auch noch mit dem Violence Set so gesehen enhanced werden das heißt diese Fähigkeit greift sogar zweimal an und das ist eigentlich diese Mechanik die uns in der letzten Stage killt wenn wir keinen Attack Break haben also ein Attack Break so gesehen dass der Angriffswert vom Boss reduziert ist weil Immemorial Breath plus Violence Set ist ein nahezu One Shot also wir hatten Beverse Tries wo unser gesamtes Team 100% HP hatte und es kam in der Kombi dran wo kein Attack Break drauf war und sowohl meine Colleen als auch mein Fen Yan und ich glaube sogar mein Woosa wurden auch gekillt deswegen das ist echt heftig deswegen Attack Break ganz 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 wichtig ansonsten letzte Passive beziehungsweise noch zwei Passives einmal die Passive Ruler of Labyrinth und zwar ist das eine Passive wenn wir einen von diesen Armen töten dann greift der Boss uns wieder an mit einem AOE und hat eine Chance um 50% uns zu stunnen plus die Attack Power vom Boss wird dauerhaft um 50% erhöht und wichtig ist dass es kein Buff oder so wie in Giants sondern es sind wirklich flat 50% Attack Power gegen die wir nichts machen können das heißt ihr seht schon wir müssen zwei Hände killen damit wir erst den Boss angreifen können und so gesehen hat der Boss in der letzten Phase 100% mehr Attack Power 100% Attack Power in Kombination mit Immemorial Breath plus Violence Set ist halt RIP deswegen leider ist da auch ein bisschen RNG dabei und naja ansonsten was hier auch noch ganz interessant ist das funktioniert aus dem Grund nicht also so gesehen Revenge Runen und auch Revenge Abilities funktionieren nicht weil wenn beide Arme ab sind auch so gesehen das Game nicht weiß wenn der Boss angreift wo soll ich jetzt mein Counter Attack hin machen deswegen auch zum Beispiel Fen Yan der seinen Counter Attack bufft und dann angegriffen wird macht keinen Counter Attack ja ansonsten was auch noch wichtig ist Weakens Damage that's Proportionate to HP sowie auch bei den ganzen anderen Mid-Bossen das heißt Fähigkeiten die auf dem Enemy Max HP skalieren vom Schaden her heißt zum Beispiel Spectras zweite Fähigkeit oder auch Linn oder Sigmarus werden alle abgeschwächt wie auch im Raid oder im Rift Alleste Passive Immemorial Time gab es auch schon bei den Mittelbossen und zwar immer wenn wir einen Zug beenden bekommt der Boss Attackbar dazu und je weniger Monster wir haben desto mehr Attackbar bekommt er plus doesn't get affected by Attackbar change skill effects was so gesehen bedeutet dass Attackbar Reduce Fähigkeiten wie zum Beispiel von Hua oder so nichts bringen allerdings was interessant ist Attack Speed Slow funktioniert ja deswegen Attack Speed Slow zählen anscheinend nicht als eine Attackbar Change Skill warum auch immer das funktioniert das heißt mit dem Attack Speed Slow könnt ihr euch so gesehen ein kleines Zeitfenster ähnlich wie in Necro zum Beispiel erkaufen sag ich mal ja ansonsten ja das waren die ganzen Fähigkeiten deswegen das war ich schon ziemlich ziemlich viel deswegen um uns das besser vorzustellen jumpen jetzt in den Run und ich erzähle euch auch weiterhin nochmal wie die Bossmechaniken funktionieren warum wir gerade diese Fähigkeit da und da machen und spielen so gesehen gemeinsam den Boss durch und am Schluss zeige ich euch wie gesagt die Runen und auch andere Möglichkeiten von Monstern die ihr einsetzen könnt und 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 deswegen ich schalte mal kurz weiter ins Video so da sind da sind wir in dem Run drin ich werde die Vorstätige nur ganz schnell machen weil der Bosskampf dauert schon echt lange genug und das Video dauert sonst wirklich 40 Minuten oder so deswegen hier ist so gesehen das Team was wir spielen zu den Ersatzmöglichkeiten wie gesagt komme ich am Ende des Videos wie zum Beispiel dass ihr Mana austauschen könnt durch Michelle oder durch Theon was sogar eine Free to Play Variation wäre und so weiter und so weiter deswegen Ersatzmöglichkeiten für das Team gibt es später ansonsten wir haben hier Colleen drin aufgrund von Heal Attack Break der ziemlich ziemlich wichtig also Attack Break ist wirklich der aller wichtigste Buff am Schluss den wir brauchen bzw. Debuff auf dem Monster der muss echt immer Up sein dann so gesehen ein Backup durch Bryant und ein bisschen Revive auch durch Armana nochmal ein Backup Revive es müssen keine zwei Reviver sein ehrlich gesagt aber safe ist safe ansonsten Heal von Woosa zweiter Fähigkeit von Colleen und von Armana Immunity von Armana ziemlich wichtig bei der letzten Stage weil wir da so gesehen auch Stunts und auch Destroy Runen so gesehen countern können und hier Fen Yan da könnt ihr eigentlich alles nehmen irgendeinen Single Target die Piese der im besten Fall ein bisschen tanky bzw. Bruiser mäßig ist ansonsten Ersatzmöglichkeiten für alle Monster wie gesagt gibt es am Ende des Videos und sonst dauert es wie gesagt zu lange deswegen wir skippen hier auch kurz die Stages durch zwei Stages genau dasselbe deswegen auch wieder erst vorzugsweise auf die Crystals gehen weil die AOE Damage machen und ansonsten sehen wir uns so gesehen gleich zur Boss Stage wieder so da sind wir wie gesagt bei der letzten Boss Stage und hier seht ihr jetzt auch so gesehen die verschiedenen Runensets die oben links sind und ihr seht jeder Arm so gesehen hat eine Rune und der Boss hat auch eine Rune das geht von links nach rechts selber hat das Rage Set und der linke Arm hat das Destroy Set ansonsten was jetzt hier wichtig ist ihr seht oben rechts die Abilities erst kommt der linke Arm dann kommt der die wir gerade hier auf dem Boss sehen ist so immens wichtig weil ihr wirklich den Schaden immens krass reduzieren können vor allem wenn die vierte Fähigkeit kommt die ganz oben rechts ist die so gesehen den Triple Hit macht und stript auch noch echt viel Damage macht und später dann wenn der Boss so gesehen wenn die beiden Hände da sind mit Violent Proc noch mal dasselbe macht wenn ihr kein Attack Fan Yan waren voll HP dann kam Violent Set zusammen mit der letzten Fähigkeit was leider nicht verhindert werden kann ab und zu das ist wirklich so man kann das einfach nicht verhindern was ein bisschen blöd ist ansonsten wenn dann kein Attack Break drauf ist seid einfach tot Coline ist gestorben die ist auf Raid gebaut mit 1000 Death oder so mit 20 HP Wooster hat irgendwie 30 HP 25 HP mit irgendwie 2k Defense deswegen die sind alle gestorben bei dieser Sache deswegen Attack Break ist das aller 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 wichtigste was sie immer abhaben sollt ansonsten was das nächste gute ist wir können die die das Destroy Set und auch das Dispare Set einfach durch unseren Immunity Buffer in dem Fall Wooster wie gesagt ihr könnt beispielsweise Delphoi hernehmen was ein sehr guter Immunity Buffer plus Stripper ist plus Heiler plus Attack Speed Low ist echt ziemlich nice einerseits können wir das Dispare Set und die zweite Fähigkeit die ihr oben seht mit der rechten Faust die so gesehen unsere Attack Bar auf 0 setzt beides verhindern das ist schon mal ziemlich nice plus Dispare Set Stunt uns was was auch verhindern können plus was ziemlich gut ist das Destroy Set können wir auch komplett countern weil dadurch dass wir das Shield abhaben und dann der Boss uns mit einem Destroy Set angreift was so gesehen nicht durch unser starkes Shield geht wird unsere HP Leiste auch nicht vom Destroy Set beeinflusst das heißt wir countern eigentlich sowohl die Hand mit dem Destroy Set als auch die Hand mit dem Dispare Set das heißt wir müssen eigentlich nur mit Rage Set und mit dem Violence Set zurecht kommen so wir spielen hier ansonsten einfach die Stage ganz normal weiter was ziemlich wichtig ist ist jedes Mal wenn ihr eine Hand killt kommt diese rechte untere Fähigkeit zum Einsatz die jeder sieht ist so eine Art Auge das ist das neben diesem Kartensymbol und zwar jedes Mal wenn wir so gesehen eine Hand killen bekommt der Boss 50% Attack Power dauerhaft dazu plus er macht eine AOE Ability und die kann uns stunnen deswegen im besten Fall wollen wir wenn wir die Hand killen Immunity abhaben weil dadurch werden wir so gesehen dann nicht gestunnt wenn man das so timen kann das wäre ganz gut ansonsten wir swappen hier gerade auf die linke Ability weil wenn wir jetzt die von ihm aus gesehen linke Hand killen würden würden wir das Destroy Set killen und das wollen wir nicht weil das Destroy Set ziemlich leicht zu countern ist ansonsten wir geben uns hier schon mal das Shield weil nämlich ziemlich bald kommt hier dieser Destroy Attack und deswegen haben wir jetzt so gesehen diese HP wie gesagt wie ich euch vorhin schon erzählt habe geblockt plus die nächste Fähigkeit kommt mit dem Despair Set wir haben noch Immunity ab deswegen werden wir nicht gestern wir machen einfach die Boss Stage hier weiter tanken das Zeug gegen machen hier wieder ganz normal Damage mit Rusa versuchen hier irgendwie Defense Break weiter neu zu applyen und nochmal und nochmal und ansonsten immer Attack Break deswegen das allerwichtigste ist habt immer oben die Leiste im Auge und habt immer Attack Break drauf das ist wirklich das aller aller wichtigste um hier den Damage so gut wie möglich zu verhindern hier an dieser Stelle jetzt sehen wir gleich Rage Set mit dieser fetten Ability am Schluss und wir geben uns wie gesagt von Rusa kein Shield weil die letzte Fähigkeit uns strippt deswegen machen wir auch mit Fenyan hier die zweite Fähigkeit nicht weil sonst die ganzen Buffs die wir uns geben gleich wieder weg sind jetzt kommt hier der fette Breath rein durch das Rage Set wurde Fenyan gekillt weil der am meisten Damage gemacht in der letzten Runde wir versuchen Attack Break zu Applain Treffen leider wieder nicht hier ganz 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 wichtig irgendwie Attack Break drauf zu kriegen sehr nice wir tun uns schon mal Vorshielden und machen weiter Damage denn wir müssen wirklich gut unsere Heal Cooldowns Usen und wirklich nicht Wasten deswegen wir sehen jetzt auch bald kommt die Despair Fähigkeit wir haben aber noch Immunity ab deswegen wir werden nicht gestunnt deswegen alles passt super und entscheiden uns hier den Arm zu killen weil übrigens das wichtige ist ihr seht oben diese Runensets und die Runensets sind aber so dass die sich auch wieder ändern heißt wenn wir jetzt auch die Destroy gekillt haben sobald der Boss die letzte Fähigkeit macht und das Element swept wird das wieder durch rotiert finde ich ein bisschen blöd ich schau mal ob das irgendwie next side gehotfixed wird oder nicht oder ob das wirklich so gewollt ist deswegen ihr müsst gar nicht gucken welche Hand wir wann irgendwie killen weil sich die Sets eh wieder ändern die ganze Zeit warum wir gerade den Arm gekillt haben ist weil wir Immunity abhaben von von Woosa und deswegen den Stun nicht abbekommen haben ansonsten heilen wir uns hier wieder hoch der Boss hat gerade das Rage Set ganz wichtig ist versucht wirklich immer auch das Rage Set im Auge zu behalten ich auch dem Next Attack Break ist hier schon drauf deswegen mache ich hier einfach ein Heal Block ist eigentlich egal was ich gemacht habe weil beide Spells hatten auch schon zweifache Duration hier können wir überlegen ob wir die oder nicht ich habe mich für den Heal entschieden wir haben uns wieder hoch weil so gesehen der Strip noch zwei ganze Abilities vom Boss braucht und 7 Heal ist immer nice plus dann kommt gleich die nächste Fähigkeit hinten dran weil wir gestunnt waren und jetzt geht so gesehen los mit der dritten Fähigkeit Big Collapse habt ihr hier ganz kurz oben gesehen und das ist diese Fähigkeit die unsere Monster auf einen einzigen Prozent HP haut deswegen buffen wir uns hier mit Fenjan schon mal ein bisschen Hots vor weil jetzt kommt die Fähigkeit ihr seht Colleen Amana sind fast down haben aber den Hot noch von Fenjan und jetzt heißt wirklich heal 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 unsere Units müssen irgendwie hochkommen deswegen haben wir hier die Amana Fähigkeit beispielsweise damit wir da was hochziehen und das Shield an der Stelle machen wir nicht weil wir wie gesagt geklenzt werden sonst ansonsten hier ganz wichtig Colleen hoch jetzt siehst du hier oben links er hat das Violent Set plus die Last Ability kommt plus Attack Break war auf dem Boss du siehst wie viel Schaden das ist das war mit Attack Break ja also du siehst Attack Break ist so krass wichtig dass der drauf sonst ist einfach Rip deswegen diese Kombination mit Violent plus der vierten Ability das ist eigentlich der Trick dass er das hinbekommt immer Attack Break drauf haben A und O ansonsten wir jüsen hier gleich die Heil Fähigkeiten nicht weil wir sehen oben wieder dass die dritte Fähigkeiten nämlich der Big Collapse gleich wieder kommt deswegen heilen wir jetzt auch nicht selbst wenn wir könnten und warten so gesehen wir geben uns schon mal das Shield weil wir so gesehen dann gleich wenn wir auf 1% HP haben Attack Break versuchen wir zu Appliance sehr nice und hotten uns wieder hoch auch wenn wir gleich gestrippt werden ein paar Units kommen dran und können so gesehen von diesem Hot profitieren machen machen heilen uns so gesehen noch nicht hoch weil der Big Collapse kommt jetzt erst deswegen jetzt wieder die ganze Heilung hoch pushen wo ist das Second Spill ich glaube mit Colleen heile ich auch gleich nochmal hoch Attack Break ist schon drauf deswegen da müssen wir nichts machen und heilen hier auch mit der Mana hoch weil der Boss hat wieder das Rage Set und nicht Violent deswegen machen wir die Colleen Fähigkeit hier nicht weil es nicht so viel Damage ist wenn es mit dem Balance hätte werde ich mich geheilt weil da brauche ich wirklich jedes HP was ich habe Fenjan stirbt durch das Rage Set vorhin wir reviven den wieder mit Bryant tun HP Balance machen und sind so gesehen für die nächste Runde auch wieder safe versuchen weiter Debuffs zu applyen heilen uns glaube ich hier nicht hoch ich schau mal doch heilen uns sogar okay weil der Big Collapse noch bisschen dauert bis der da ist hier ihr seht der Big Collapse dauert noch bisschen deswegen save ich weil das wieder der das Ding was uns auf 1% HP haut deswegen heilen wir hier nicht und versuchen das wieder ein bisschen out zu sustain machen den Branding Effekt versuchen Attack Break immer zu applyen deswegen im besten Fall habt ihr immer 2 Stacks vom Attack Break weil so gesehen wenn ihr einmal nicht trifft seid ihr nicht voll in Trouble sind oh Gott jetzt macht der boss big damage sondern ihr habt noch einen Stack deswegen auch wenn ein Stack von Attack Break drauf wird versucht wirklich immer das zu machen Big Collapse war da wir haben jetzt wieder voll hoch und jetzt kommen wieder die Tricky Stage deswegen heile ich auch hier weil wieder Violent Set mit der letzten Fähigkeit ihr seht den Damage der Boss hat jetzt aktuell noch keinen Attack Break ich weiß nicht ob noch einen bekommt wir schauen gleich mal doch Attack Break ist sogar drauf seh ich gerade deswegen ihr seht Monster sind relativ voll Colleen war ganz voll oder fast ganz voll Violent Proc mit also Violent Ability mit dieser anderen Fähigkeit ihr seht Colleen ist wieder fast down obwohl wir einen Attack Break hatten das ist Hammer mäßig deswegen ganz schnell wieder Attack Break drauf haben nicht getroffen da dachte ich das könnte ein bisschen risky werden ansonsten wir schilden uns wieder hier voll weil wir jetzt gerade ziemlich low sind und ich Angst hatte dass wir mit der nächsten Fähigkeit sterben würden was auch passiert bei Colleen wir saven uns trotzdem die Heal Ability deswegen nicht Angst haben oh Gott meine Units sind gerade Half HP ich muss jetzt heilen ihr müsst immer oben rechts auch die Abilities im Auge behalten ihr wisst bald kommt der Big Collapse wirklich sparsam mit euren Heal Abilities zu sein dass ihr die ab habt Attack Break ist nicht drauf hier der ist wirklich game entscheidend gewesen dieser Attack Break wäre der nicht getroffen hätte es schwierig sein können der Big Collapse macht zwar keinen Schaden Sinn von dass uns nicht killen kann aber wer weiß ob dann Colin ist auch nicht da mit dem Attack break deswegen wenn der Attack break nicht geben auch wenn wir gleich gestrippt werden dieser hat wie gesagt die paar Ticks sind echt ziemlich nice von Fenjan hier reviven wir aus dem Grund weil ich die HP ein bisschen bellen möchte wo es da drankommt und so gesehen die ganze HP overall wieder mehr ist hier hatte ich auch bisschen Schiss glaube ich deswegen auch wenn der Boss zwar das Rage Set hat aber ich wollte nicht riskieren deswegen spielt es wirklich safe und ja ansonsten nächste Fähigkeit kam Boss hat wieder das Rage Set wir machen wieder ganz normale Rotation durch versuchen gleich Attack Break zu landen wieder von Colleen wie gesagt Number One Debuff den ihr braucht shielden uns hier schon mal weil wir keine Attack Break getroffen haben und deswegen ein bisschen Angst hatten ihr seht wie viel Schaden Colleen schon wieder bekommt machen hier den Branding Effekt der ganz gut Damage macht und hier ist es dann auch schon so dass ihr wirklich in Richtung Kill schon gehen könnt heißt hier mache ich zum Beispiel die zweite Fähigkeit von Wooster die ich normalerweise nicht gemacht hätte weil der Big Collapse bald kommt und wir die Healer BTs abhaben müssen aber der Boss hatte den Defense Break und ich dachte der Boss ist fast down wir zergen den jetzt runter deswegen habe ich die Ability von Wooster für Damage geüßt hier spielen wir noch mal save buffen uns hoch geben Attack Break der Big Collapse kommt glaube ich nochmal wenn mich nicht alles täuscht Defense Break drauf Big Collapse kommt nochmal und Fenjan finisht dann so gesehen den Boss ansonsten der Boss ist echt vom Anfang vielleicht klingt das jetzt alles sehr kompliziert und so weiter wie gesagt wir haben den Boss 5 Stunden getried deswegen wir mussten auch erst Trick raus hat dann geht es eigentlich ziemlich schnell und ansonsten leite ich euch jetzt gleich weiter zu so gesehen den Runen noch und den Tauern und anderen Monster ansonsten wie gesagt andere Monster die hier spielen können wäre zum Beispiel ich finde Colleen ist echt ein Hammer Monster hierfür ihr habt Attack Break Cut Heal Attack Buff sollt ihr auf jeden Fall mitnehmen wenn ihr keinen Wooster habt reicht irgendein andere Immunity Buffer zum Beispiel Delphoi oder Chloe geht auch Delphoi finde ich cool weil die auch noch glänzen kann deswegen Ersatz für Wooster wäre zum Beispiel Michelle die ist ziemlich 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 nice vor allem die kann auf ihrer zweiten also Michelle ist die Wind Epic and Priest weil die kann auf der zweiten Fähigkeit nämlich die eure Buffs heißt auch Shields und so weiter und Immunity um 1 erhöhen und tut praktisch die harmvollen Effekte zum 1 reduzieren das heißt zum Beispiel Stunts wegmachen oder Oblivion wenn es nur Einzug ist oder so weiter deswegen ist es ziemlich nice dann würde ich jetzt meine es ist eigentlich schon der Core deswegen seht ihr hier Fen Yan und Bryant ihr müsst es nicht so spielen deswegen Fen Yan könnt ihr ersetzen mit jeglichem anderen Damage Dealer da könnt ihr wirklich alles nehmen ihr könnt Chao nehmen ihr könnt Laika nehmen ihr könnt Theo nehmen ihr könnt wirklich irgendein Single Target DPS Monster nehmen ziemlich geil was hier ziemlich cool war was wir vorhin gesehen haben ist Trevor denn Trevor hatte eine Passive je weniger HP er hat desto mehr Schaden machte und das Ding ist wenn diese Big Collapse Ability kommt und Trevor trifft hat Trevor 1 HP und wenn der Trevor auf Vampire ist hält er sich erstens komplett wieder voll wenn er den Angriff macht plus er macht so krass Damage wenn der auf 1% HP ist und seinen fetten Damage rausdrückt mit der Fähigkeit ist amazing deswegen Trevor wenn ihr den habt ist hier ziemlich ziemlich gut und ansonsten Bryant hier ihr seht wir haben so gesehen zwei Reviver drin ihr könnt auch zwei Reviver spielen wenn ihr wollt zum Beispiel ein Free-to-Play Reviver wäre der Theon das ist der Light Garuda den ihr am Anfang mit Level 3 oder so bekommt ansonsten Michelle wie gesagt kann auch noch reviven deswegen Michelle ist halt in der Kombination auch ziemlich gut ansonsten ihr könnt auch Mike Keen leveln aber wer so gesehen eine Fuse Abel Variation kann auch reviven also Michelle ist hier wirklich schon einer der besten finde ich und das war so gesehen das Team und wie gesagt weil es euch interessiert vielleicht zeige ich euch hier kurz die Runden so wie das bei uns war deswegen hier ist der Wusser der hat 303 Speed ist halt auf RTA gebaut deswegen das sind jetzt ein paar Overkill sage ich mal deswegen Hauptsache er hat sehr viel Speed und sehr viel HP ganz wichtig hier ist wenn ihr es schaffen könnt baut wirklich Accuracy auf eurem Monster das ist wirklich echt krass wie gesagt der Attack Break ist so wichtig wenn der nicht drauf ist ihr bekommt so krass viel mehr Damage deswegen auch wenn ihr zum Beispiel hier eine Colleen habt die für Raid gebaut das heißt mit 15% Accuracy in dem Fall 30 baut wirklich vielleicht noch mehr deswegen wenn ihr eure Colleen bauen wollt sowohl für Necro als auch für Rift guckt dass ihr vielleicht für 45% die hoch zieht ist vor allem für Necro auch gut und wie gesagt für diesen Boss echt amazing plus auch für den Windboss in diesem Labyrinth ist Colleen absolut amazing deswegen auch da würde ich euch auf jeden Fall raten spielt wirklich die 45% Accuracy im besten Fall noch 55% wenn ihr es schafft weil das Ding ist anscheinend hat jemand auf Reddit den Boss gedatamined und der Boss hat anscheinend 70% Resi auf Hell so gesehen braucht ihr einen Accuracy Cap von 55% wenn ihr es wirklich optimal aufs Accuracy Cap hinaus spielen wollt sollt ihr Monster wie Woosa zum Beispiel haben könnt ihr halt auch Accuracy Leader spielen wenn ihr wollt obwohl ich wirklich den stärksten Leader Defense hier finde weil ihr so gesehen da echt den Dämmschi reduziert und dann so gesehen es nicht mehr so viel Heilung braucht um eure Monster wieder auf 100% HP zu ziehen deswegen ich finde hier ist Defense besser als HP bevor du aber gar keine Leader hast im HP keine Frage dann ist hier Bryant der hat meine Dias Rune von vorn bekommen deswegen Hauptsache HP Accuracy bisschen Defense Speed das reicht nicht mal voll geskillt by the way dann haben wir hier Amana mit dem ich absolut unzufrieden bin schaut nicht auf Accuracy da steht gar nix ja das ist da steht nix deswegen ignoriert den Accuracy Wert bitte dieser Amana ist leider mit sehr vielen Restruhen gebaut deswegen ihr seht auch kein riesen Cap for Raid und so weiter aber Hauptsache HP Speed und im besten Fall Accuracy und nicht so wie es bei mir ist wie gesagt das wäre dann euer Glanzer zum Beispiel deswegen wenn ihr andere Monster habt sollten die auch diese Stats ungefähr haben das ist noch hier Fenyan Speed HP Violent Set sehr viel Defense und ja wie gesagt orientiert euch jetzt nicht so an den Runen weil es kommt darauf an was ihr spielt wie gesagt ansonsten die Ersatzmöglichkeiten habe ich euch gesagt wie gesagt Michelle ist ziemlich ziemlich nice Trevor ist ziemlich nice und auch ziemlich nice was ihr nicht unterschätzen solltet ist Darion und Emma diese zwei Monster sind hier auch echt ziemlich 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 geil Emma aus dem Grund weil sie sehr gutieren kann Defense bufft und so gesehen euer Sustain erhöht plus bei Darion einerseits ihr bekommt 20% Damage Reduce was schon mal ziemlich huge ist plus ihr habt einen Backup von dem allerwichtigsten Debuff in dem gesamten Boss wie ich finde nämlich Attack Break Defense Break und Attack Break und ist auch noch so von Haus ist ziemlich tanky und diese 20% Damage Reduce sind echt huge um jetzt die Frage schon vorweg zu nehmen kann ich auch Diaz nehmen ich würde es euch nicht empfehlen zwar habt ihr auch ein Damage Reduce allerdings nur 15% und nicht 20% plus Diaz hat kein Attack Break hat Healwork und Defense Break deswegen ich finde Diaz ist dann so gesehen nur noch da wegen dem Defense Break der aber auch nur auf der zweiten Fähigkeit ist und 15% Damage Reduce deswegen wenn ihr eine Damage Reduce Variation nehmt würde ich euch auf jeden Fall ähm darin empfehlen ansonsten noch zu den Tauern alle Glory Gebäude sind gemaxed bis auf ähm bis auf Fire Attack der ist auf 7 Dark und Light sind gar nicht gelevelt ansonsten sind alle anderen ähm ge levelt ansonsten stimmt die fällt mir gerade auf Diaz hat in der Tat Attack Break warte mal auf der aber nicht auf der ersten Fähigkeit sondern auf der zweiten warte mal schauen wir gerade mal äh ja so gesehen auf der zweiten Fähigkeit ich meine okay ist so wie bei Bryant deswegen Bryant hat das auch auf der zweiten Fähigkeit allerdings AOE mäßig ähm deswegen mei ihr könnt's versuchen ich fände auf jeden Fall trotzdem Darion besser ähm ihr könnt es mit Diaz wenn ihr wollt machen ja wie gesagt daran finde ich besser ansonsten ähm ja das war's so gesehen von diesem Guide dann deswegen vielen Dank fürs zugucken und ich hoffe dass das Video vielleicht so gesehen ein bisschen hilfreich war dass ihr vielleicht auch euren äh Teitarus Kill schaffen könnt in dem Sinne vielen Dank fürs zugucken bis zum nächsten YouTube Video und bis zum nächsten Stream macht es gut und ciao ciao